Ich kann die Uhr nicht lesen. Hallo, Lukas. Hallo. How are you? Ähm, warm. Ja, same. Hab ich auch erst gesagt. Hab ich auch erst gesagt. Wer oder was ist denn Aurora? Das ist ein Häschen. Das springt. Ein Hoppelhäschen. Ist es aber welche Lane? Äh, das ist top mit. Äh, die hat... Die hat ne Shako-Q auf ihrer E. Aber mit kleinerer Jump-Range. Ist die gut? Die wurde schon genervt, aber die ist noch gut, ja. Wird einer von euch das Kampfspiel von Riot spielen? Kommt das in der EU raus jetzt oder nicht? Ja, die Alpha kam in der EU nicht raus. Aber das Spiel kommt natürlich weltweit raus. Äh, ich glaub, die Frage hast du jedes Mal gefragt, wenn wir gespielt haben. Und ich glaub, wir haben immer jedes Mal alle Nein gesagt. Außer Tippen. Was, hä? Battlebunny Aurora. So, was zur Hölle bauen denn die Leute jetzt grade auf Master Yeezer dem Blade genert? Warte mal, warum spielt Vazo eigentlich Trundle? Boah, das find ich so männlich. Warum? Wir haben keinen Articary. Warum haben wir keinen Articary, Linda? Mit TP! Mit TP! Trundle Bot mit TP ist schon hart. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich war gemütet im Discord. Warte, ich find das krass. Guys, das ist überhaupt... Also, wait, wait, wait. Guys, Seraphine ist der stärkste ADC im Game grade. Du kannst einfach... Trundle Bot einfach Support-Item, kriegt trotzdem Passivgold und du farmst. Okay, ich kriege ADC. Okay. Das ist nicht schlimm. Das ist ne Viable-Botland, ihr werdet die so kaputt machen. Ja, okay. Es ist noch zu early im Patch. Es haben noch nicht genug Leute gespielt. Aber Blade ist immer noch das Play. Ja, wer hat denn da irgendwann entschieden, dass zwei Leute runtergehen? Die XP wurde irgendwann so geändert. Die XP, die Lane-Mindings geben auf Top und Bottom, sowas ist ja irgendwie unterschiedlich oder so. Ich weiß auch nicht. Es gab sogar damals Runden mit Double Jungle. Echt? Ja. Also, zu dem Release von Wayne. Ich weiß ja nicht in welchem Jahr. Das war einer der ersten Champions, die da dazukam. Da wurde auch noch oft Duo-Jungle gespielt. Wahrscheinlich nicht im Ranked oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Aber habe ich oft gesehen, dass man immer zwei Leute im Jungle dabei hatte. Ah, okay. Ah, wegen Dragon-Control. Stimmt. Nee, richtig. Das war auch bestimmt ein Faktor. Das ist, weil zwei Leute Botbrotts, weil die Drachen wichtiger waren. Top-Turrid bekommt weniger Schaden als Bot-Turrid. Ja, es gibt immer ganz viele Mikro-Sachen, die so irgendwie beeinflussen, dass es mehr Sinn ergibt. Jetzt mal einer, der wirklich Ahnung hat, was kaufe ich denn für Top-Dark-Seal? Ja, warum fragst du uns? Moment. Ich schaue nach. Ich schaue nach für dich. League-of-Legends-Gamer. Äh, du startest... Äh... Du startest... Äh... Ring und Potz. Guck mal, wir passen farblich sogar jetzt gar nicht so schlecht. Ah! Wir haben Matching. Ja, es wird die beste Bot-Lane. Wir werden invaded. Okay, ich geh jetzt aber AD-Carry, ne? Problematisch. Ja, ich geh, äh, Trundle. Supi. Nein. Hulk smash, äh, Trundle smash. Mann! Warum... Haltet sie auf! Mann, ihr kommt raus! Warum geh ich da nie wieder auf? Nein, 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 nein. Es geht doch grad erst los. Oh, verdammt! Also ich bin gestorben, weil ich reingelaufen bin. Wieso hast du jetzt Support-Item gekauft? Ja, ich hab kurz vergessen, dass ich AD-Carry bin. Ich kaufe nachher was anderes. Okay, die Bot-Lane ist fucked, Freunde. War schön. Äh, nein! Ich hab First Blood! Ja, aber du darfst nicht farmen jetzt. Du darfst nicht farm, Tim. Warum? Weil du Gold-Penalty kriegst und XP-Penalty mit dem Support-Item. Die Challenge ist, werden wir heute eine Runde gewinnen? Oh mein Gott! Ja, wirklich! Ja! Das ist einfach... Ich hab's euch nicht gesagt, aber wir machen eine Win-Challenge in League of Legends. Wie viel Schaden wir machen? Das ist sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Oh mein Gott, wenn Lukas uns ganken würde, würden wir die killen. Das klingt jetzt schon wie Muzzert, Alter. Ihr macht das super. Wenn ihr Lane-Dominanz habt gegen Rangemanager, bitte. Ihr habt die Lane schon gewonnen. Hast du schon einen Minion bekommen? Ich komm hier von hinten in den Reihen. Eure Lache... Ich will deinen Piller haben jetzt. Ja, schön! Der hat nix zum Dingens, zum Abwehren. Schöne Sache. Gefickt! Ja! Ich hab keine Ahnung, wo Vi ist. Pass mal Mitte auf, du bist ein bisschen reingepusht. Okay, wir kaufen keine Support-Items. Och, jetzt hätte der Level 6. Das ist widerlich. Aber er nutzt seine Ult nicht. Warum auch? Die kommt gleich hier rein und wir töten sie zusammen. Kommst du in meine Nähe? Vi ist bei euch. Komm in meine Nähe? Oh. Ach, okay. Aber zu viel Nähe. Ja, aber zu viel Nähe. Sie macht jetzt Crux, wenn du die Wave pushen kannst und hinterher kommst. in den großen Wadde. Messig. Ich hab Take gedrückt. Wir machen Dragon, glaube ich. Ich frage ich jetzt, ob mein Support-Item jetzt immer noch Cap ist. Sie hat geflasht, okay. Sie ist hier, sie ist hier, sie ist hier. Oh. Schön. Wohli kommt hier zu mir. Ich weiß nicht warum. Ich bin auf dem Weg. Ich komme auch gerade von oben runter. Ja, es ist... Och mein Gott, der will mich wirklich so dringend. Das ist Wuhli-Bär. Wuhli? Der Wuhli. Ich muss jetzt ein bisschen schlauer spielen, Linda, ne? Weil die... Oh nein, der tötet mich. Hilfe! Hilfe! Ja, was macht Pantheon hier? Hier muss doch jemand schuld sein. Mia, Mia. Offensichtlich. Hätte Timo spielen sollen. Timo ist immer die böse Mischung. Ja, Timo ist immer free. Hier, Achtung. Wiewo, hier ist irgendwo... Ja, ich kann nichts sagen. Top ist gone. Komme. Was für hier? Der kann mich ja tower-diven einfach. Nö, sie war da oben im Jungle eben. Der Pantheon geht in die Mitte? Ich brauche Top-Hilfe. Äh... Lass ihn doch, den... Gut. Lukas, du wirst sterben. Also, wenn du nicht Top kommst, kann ich nichts mehr tun. Lukas hat 10 AP, der hat andere Probleme, da du! Aber auch nur, weil ich auf die verlierenden Lanes... Er kommt zu dir hier. Ich komm auch, ich komm auch. Doch ne! Die Bot ist da, die Bot ist da. Erste Old hab ich gefunden, leider. Ja, wann kommt da jetzt der Pillar? Jetzt! Und so mit Bombe platzieren und so. Die machen beide hier, die Boyd-Rubbies. Also Valoran. Du kommst ja gar nicht raus. Ich bin durch, ZZT. Okay, vielleicht noch ein bisschen Overstate. Komm runter. Hallo. Oh boy. Bot ist Mia. Mia, Leute. Ja, das ist es. Danke. Er hat es gecallt, als er sie in der Mitte gesehen hat. Linda, ich war doch back. Du musst doch dann die Lane im Griff haben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Vielleicht läuft er jetzt hier aber in die Arme. Tut er leider nicht. Okay, die pushen. Das ist natürlich angenehm. Ich komm. Hätte er keinen Flash gehabt, wäre Wully tot. Guck den hier an. Ich liebe das, wenn Barry auf ADCs nichts bringt. Auf je bist du gut, Alter. Hast du schon mal gespielt, oder? Selten. Wir werden jetzt Shelly ziehen. Das wird ihnen jetzt im Midgame Vorteil geben, aber wir haben später die Drachen. TP, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Komm, komm, komm. Mächtige Drachen. Okay, er hat sich ja komplett die Beine gebrochen. Dann hat er sich aber geportet, wenn das wirklich so ist. Der Junge, das ist der hier. Oh, Pantheon, Pantheon, Pantheon. Der Pantheon ist auch gut. Oh, Arsch. Ich versuch mal top zu kommen. Vi is missing, die ist wahrscheinlich auch irgendwo untenseitig. Oh, ja. Ich hab das Gefühl, da wird es sich schnell abgelenkt. Nice. Ich geh, ich geh, ich geh. Ich geh zum Job. Hier, bei mir, bei mir. Ja, ich komme. Aua. Äh, ich muss mal alles rufen. Ja, ich auch. Schön. Let's go. Das Schild, weil ich gerade eben erreiche, das war perfekt. Wir können auch den Tor, Mann. Ja. Ähm. Ja, ich... Very well. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Heel hab. Spring umher, Häschen. Aha. Nice. Ach, was ist das denn? Drei Leute top, push, 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 bot, push, bot, push, bot. Die Shelly-Nese kommt da. Okay. Das ist lustig, weil Shelly-Musik gerade... Oh, hinter uns ist, ähm, Bär. Wenn ihr könnt, Astral fokussen. Er ist auch, den könnt ihr machen. Lauf, Linda! Bin ich so schnell. Bin ich so schnell wie du. Sonst hätte er ja gar nicht die Tans. Oh, nein. Willst du beide theoretisch, glaube ich, haben? Nee. Der backtack gerade und ist slow. Hoi, joi, joi. Oh, wenn ich einfach mein Damage raus habe, habe ich Cooldown. Oh, wir müssen helfen. Kann ich uns flashen? Ich habe hier. Ich habe hier. Astral, Astral, Astral. Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Schöne Sache. Können auch weitermachen, wenn ihr wollt, aber es ist gefährlich. Okay, ja, ich habe hier ein Kill bekommen. Sehr gut. Ding, ding, ding. Nein! Der Victor ist low da drin, ja. Ich komme gleich. Klassische League of Legends Experience. Greif hinein, greif sie an, greif sie an. Ich komme. Ich greife sie an, ich habe keine Probleme. Das war's. Ich bin tot. Oh, das flasht sie ein. Wie frech. Der Hase in der Bea, ist das nicht eine Farbe? Mann, wieso treffe ich ihn nicht? Oh, boy. Victor kommt hoch, ich komme aber auch. Ach, die S4, das gibt es nicht. Nee, den mit dem will ich nicht. Weg von dem Vector, ja, lieber nicht. Außer ihr kriegt den geroutet, aber lieber Deffen. Ah, ein bisschen Hokus-Pokus da. Oh, schade. Bei hinter euch, bei hinter euch, bei hinter euch. Ihr müsst schon, ihr helfen. Sagt der Support auf der Botlane. Very dem you, very cutie. Boss, boss, boss. Oh, mein Gott, die Q interrupted. Ich glaube, die verprügeln uns einfach alle, oder? Nein, 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 töten sie doch einfach. Merkt ihr nicht. Die heilt sich an euch. Wie, die heilt sich. Das geht nicht. Boah, wie gut du rausgekommen bist. Danke, ich bin Profi. Das gibt es nicht, dass sie das noch macht. Ach, das ist doch zu kotzen. Oh, mein Gott. Ja, wir machen den. Ich habe auch hier. Kommt der? Oh. Überviel Schaden machst du. Ich meine, den habe ich gemacht. Hm. Kommt der Alokat. Kommt der oben klar? Kommt der oben klar? Na klar. Wichtig. Cool. Gut gemampft. Entschuldigung. Wichtig. Und jetzt noch hier den... Wie heißt der denn? Viktor. Den Viktor. Oh, Drake ist ab. Mit drei Leuten tot. Da müssen wir unbedingt hin. Oh mein Gott, war es hier? Wie, du pusht ganz alleine Botlane und da kommt jemand vorbei? Das ist krank. Ja, wir holen jetzt zwei hier ab. Okay, komm mal. Das ist fresh. So, warum werde ich hier in meinen Tod gecallt? Also, das ist doch auch schon wieder bescheuert. Good job. Okay, nächstes Mal verbiete ich ihr zu queuen und zu ulten. Sag's ihnen mal satt. Und ich rufe die Polizei an, wenn sie das macht. Aber man macht Wort hier, sprech. Hab ich, ja. Das ist doch so eine Katastrophe, alles schon wieder her. Da kann ich nichts für dich tun. Ich hab kein Smite. Wieso hatte ich denn kein Smite? Ach, ich hab die eben auf Wey genutzt. Ich hab vor Wey geguckt, ob ich ein Smite hab. Oh, wie macht der Hase? Mümmel, mümmel, mümmel. Die haben Baron gemacht. Nein. Hilfe. Leute, ich hab Ult. Na ja, Wohli. Irgendwer war's für ein Entgegner schon. Der darf hier nicht raus. Ja. Killsteam von Lina. Was war das für ein TP? War das ein 2-Meter-TP? Der war, um Dominanz zu asserten. Das ist wichtig. Ja, TP. Ich hab die Lex-Karte, hä? Das ist ja eine Frechheit. Geht mein Internet wieder? Ja. Ja, klingt gut. Du warst grad weg. Das war übel, ich hatte so'n Disconnect irgendwie. Mhm, mhm, mhm. Oh mein Gott, Wey ist unten! Hä? Du pushst komplett alleine Bot-Lane oder kommt der vorbei? Das ist ja komisch. Oh mein Gott, der Damage ist ja gut von dem Char. Komisch, oder? Du hast auch chill gerusht, ich glaub das nicht, ist das ekelhaft. Also wir müssen Asriel und Vi fokussen, I guess, aber Viktor ist auch wichtig. Sieht so aus, als ob ich straight aus einer Runde Dress to Impress komme hier. Ich hab' ne neue Tasche gekauft, die kamen dann an und hab' ich gesagt, guck mal, Lukas, Dress to Impress in real life. Geil. Hat Lukas wenigstens gegrinst? Nein. Hä, what do you mean? Okay, Asriel, Viktor, Wey, Asriel, Viktor, Wey, Achtung, die Wey ultet, glaub' ich, oh ne, doch nicht. Oh, den muss ich mir holen. Bin ich eigentlich... Viktor, 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 Viktor! Viktor, Viktor! Und es ist ein guter Call, ja, schön. Die Wey, die Wey, die Wey! Ich bin den nicht-G-Ater! Die hat G-A, das ist okay, though. Die Wey weint gleich. Geil. Die Wey weiter. Hilfe! Richtig gut. Ja, ich weiß, ich bin so'n kleiner-G-Ater. Ich bin... Ich mach' den T-Fights. Oh, du musst weg da. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Die Polizei! Hast du ult'n? Ah, hast du schon. Ich hab' leider schon, aber ich hau' einfach mal drauf. Ach so! Ah. Ja, das war... Could be worse. Wir haben halt jetzt vielleicht kurz Zeit für'n Drachen hier. Ja. Ach man, wie er mich getrickst hat. Getrickst, ja. Schöner Ult, mein Freund. Hilfe! I am dead! Ja, also das war's mit dem Drachen. Das ist der Katastrophe. Oh, da hab ich einen Vorwurf in der Stimme. Willst du vielleicht wieder ohne Smite reinlaufen, ohne Wort? Hey! Ich bin grad in einem vermeintlich sicheren Ort backgeportet, aus dem sie mich abgeholt haben. Was möchtest du mir sagen? Toxisch. Wo du gemerkt hast, dass du kein Smite warst. Ja, das hat der doch nicht mit Absicht gemacht. Das ist halt... Du bist die Einzige, die hier Wert auf Leistung legt. Merkst du das? Jetzt sind Tode sind schon viel. Was ist das? Recht hat er. Okay, das ist actually eine Insane Ulti, what the fuck. Ich darf da auch nicht rein, ist das verrückt. Sorry. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir machen das jetzt noch. Trundl. Trundl. Power. Uh, schöne. Uh. Antion, Antion, Antion. Ja, der hielt sich aber grad. Ja, der hat auch gehielt. Wir haben unser Bestes gegeben. Wie kommen die denn alle noch her? Ich glaub, die sind alle tot. Upsi. Ja. Enti. 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 Das Ziel ist heute, eine Runde zu gewinnen. Und wir können ja noch... Aber wir haben ja an Spielspaß gewonnen. Und auch an Erfahrung in League of Legends.